Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundespräsident Steinmeier wirbt für respektvolle Debatte über Impfpflicht. Steinmeier äußerte sich bei einer Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern zu dem Thema. Ende Januar soll es im Bundestag eine erste Orientierungsdebatte geben. SPD-Abgeordnete wollen dann Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorlegen. Höchststand bei Corona-Neuinfektionen. Dem Robert-Koch-Institut wurden innerhalb eines Tages 80.430 neue Fälle gemeldet. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 407,5 und hat sich damit innerhalb von zwei Wochen nahezu verdoppelt. BGH-Entscheidungen zu Kosten im Lockdown. Gewerbetreibende können bei pandemiebedingten Geschäftsschließungen künftig Anspruch auf Mietminderung haben. Wie hoch der Abschlag ist, muss aber im Einzelfall geprüft werden. Dabei sind unter anderem staatliche Hilfen für das Unternehmen zu berücksichtigen. Grundlage war ein Musterfall aus Sachsen vom Frühjahr 2020. Bilanz im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach. Nach Angaben des Kölner Polizeipräsidenten wurden in den vergangenen beiden Jahren 65 Kinder befreit und 439 Tatverdächtige identifiziert. Der Fall kam 2019 durch die Durchsuchung bei einem Mann ins Rollen, bei dem große Mengen Material zu sexueller Gewalt an Kindern gefunden wurden. Pushback ist Unwort des Jahres 2021. Das gab eine Jury aus Sprachwissenschaftlern in Marburg bekannt. Mit dem Begriff werde ein menschenfeindlicher Prozess des Zurückdrängens von Flüchtenden an den Grenzen beschönigt, hieß es in der Begründung. Das Wetter im Süden neben regionalen Nebelfeldern freundliches und sonniges Wetter, sonst viele Wolken oder Hochnebel und örtlich Nieselregen. Im Nordosten auch Schnee. Minus drei bis plus sieben Grad. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.